Sarah Lager, unsere junge Springerin. Wartet auf Ihren Einstieg, 1,09m, 17. Das ist Ihre persönliche Gegräßleiter bisher. Bravo Sarah, wir freuen uns. Sie ist mit dabei. Wir freuen uns. 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 Frau Hau. So. Frau Hau. In der U80, der ist der Kurs von der AGH. Kreuzer-Propel, alles in seiner Geschichte. Und die Kreuzer-Anstelle der AGH, die hat eine persönliche Be針ert aus dem 30 1,18m. Das ist der Grundlage Sieger, D.A. Der Kai Karkspodir, So, wieder ein Bild, wieder der Sitz, mit dem Jean Drey, Peter 30, seiner größten Person. Da ist die Fahne für wenige Strasbourg. Die zweiten Versuch über die 1,77 Meter. Der Adam Sebastian Hirschel kommt sich ein wenig steigern. 7,20 Meter jetzt in der Reihe. Rechte. Die ersten Versuchung sind jetzt 27. Wir schauen uns jetzt über unsere Frage an. Hier haben wir die 2,7 Meter. Dann sind wir jetzt hier die fremdlichen. Sie haben eine 1, tocar- und greift mit dem Anbau. Wir haben jetzt hier die 3,36 Meter. Die Reti und die Karte, den wir machen. Ich werde jetzt die 2,19 Meter bemerken. Wir haben hier eine 2,19 Meter. Wir haben hier 3,20 Meter und die 3,20 Meter auf den 3,20 Meter. Und der Bessdown ist hier vielleicht war, die erste und die große Druck aussehen, Die Rhyans, die 58, nur 19 Meter und das ist auch der Führer, den Preis von bisher. Die 81er-Öffern wird Frau Rekanze abgenommen. Wow, ein Super-Sport von Ashley White, weiße Flacke. Und weiße Flacke, auch für Sarah Wacker in der 1.772-Messung. Es ist ja ein Spaß, ob die Leute von Ashley White sind, die sind ja bereits in der dritten Runde und wie gesagt, die Führer hat 2.772-Messung. Eine kurze Organisation in der Durchsage für die Aktion von Ashley White. Eine kurze Organisation für Harald Wieseneck, damit sie im Anlauf jetzt die Karriere sind. Sie betreut sich diese zweiten Durchgang. Sie betreut sich diese zweiten Durchgang. Und wir sehen uns, dass die Karriere sind. Und die Karriere sind nicht ausgegangen. 1.74 Meter, aber nach der 9 Minuten Freie kommen wir die 7 Anwertung. Und Marikau geht als einziger Anlage B weiter jetzt auf die 1,80.